Um unsere Public Elements und Stahlträger für die Verkehrstechnik optimal vor Korrosion zu schützen, werden diese oftmals verzinkt. Dafür arbeiten wir mit ausgesuchten Partnern zusammen, welche unsere Werkstücke verzinken. Um eine optimale Verzinkung zu gewährleisten, müssen die gelieferten Werkstücke in optimalem Winkel an einer Traverse aufgehängt werden. Für ein gutes Ergebnis ist eine vorgängige, gründliche Reinigung der Oberfläche unerlässlich. Fette und Öle werden so in einem sauren oder basischen Entfettungsbad von der Stahloberfläche abgelöst. Anschliessend durchlaufen die Werkstücke drei weitere Bäder, um Rost zu lösen, die Oberfläche von Beizmitteln zu reinigen, um die Werkstücke zum Schluss im Flussmittelbad mit einem dünnen Film Salz zu überziehen, welcher im Zinkbad eine metallurgische Reaktion zwischen Stahloberfläche und Zinkschmelze unterstützt. Nach der Trocknung gehen die gelieferten Werkstücke weiter zur eigentlichen Verzinkung. Dafür werden sie in ein 450 Grad heißes Zinkbad getaucht. Während des Verzinkungsvorgangs bildet sich auf der Oberfläche der Stahlträger ein Überzug aus zusammengesetzten Eisen-Zink-Legierungsschichten, welche dafür sorgen, dass die Public Elements anschließend widerstandsfähig und langlebig sind.